Es ist schon lange her, dass wir aus dem Hause LNGU eine neue Windel gesehen haben. Doch nun erscheinen gleich zwei neue Windeln in recht kurzer Zeit hintereinander, die Big Ears Baby wurde Ende Januar 2024 vorgestellt. Der französische Hersteller hat zwar eine eigene Webseite, doch darauf ist bisher nur die Candy Fluff gelistet. Das ist die erste und lange Zeit einzige Windel dieses Unternehmens. Ich hatte sie in einem Praxistest bereits im Alltag ausprobiert, wer wissen möchte, wie gut sie ist, kann sich das Video gerne anschauen. Obwohl man auf der Homepage noch keine Infos zur Big Ears Baby findet, kann sie seit Ende Januar in Europa und den USA gekauft werden. Hier wollte man also lieber Taten sprechen lassen, statt lange vorher die neue Windel anzukündigen. Die Packung ist komplett bedruckt, wie es mittlerweile im Trend liegt. Allerdings nicht zu kontrastreich, man kann den Inhalt dadurch leicht sehen, vor allem nahe an den Seiten. Es ist teilweise durchlässig, etwas milchig. Das Titelmotiv lässt sich dort bereits erahnen, Elefanten sind vorne und hinten auf der Windel aufgedruckt. Sie mögen auf den Bildern etwas Kontrast am Wirken, was auch damit Zutun hat, dass es sich um eine Kottenwindel handelt. Das heißt, ein textilähnliches Außenmaterial, statt Folie. Damit bewegt sich LNGU in ein komplett neues Gebiet einer Nische. Wie eine Umfrage auf meinem Kanal gezeigt hat, mag die große Mehrheit von euch lieber Folie als Außenmaterial. Kottenwindeln sind als Nische meistens teurer, da ist die Big Ears Baby keine Ausnahme, 34,90 Euro kostet das Zehnerpack. 3,49 Euro pro Windel ist schon klar im oberen Bereich der Preisskala bei ABDL-Windeln. Technisch verspricht die Windel eine Saugleistung von 7,5 Litern, allerdings nicht nach ISO. Daher ist es selbst in der Liga der Laborwerte schwierig, diese zu vergleichen. Verschlossen wird sie mit insgesamt vier Klebern, wie es bei ABDL-Windeln üblich ist. Es gibt ein paar andere Windeln mit nur zwei Kleber, die das Aussehen von Kinderwindeln nachahmen. Doch das hat sich in meinen Tests mittelmäßig bis schlecht bewährt, sodass die Entscheidung zu vier Klebern eine gute ist. Interessant mag für manche noch die Größe sein, M, L und XL werden angeboten. LNGU beteiligt sich also nicht am Trend, neben es auch noch XL zu streichen, sodass nur zwei Größen produziert werden müssen. Bei anderen Marken habe ich das in vorherigen Folgen der Windel-News schon beobachtet. Wenn du keine Neuigkeiten und Tests rund um Windeln verpassen möchtest, abonniere am besten kostenlos meinen Kanal. Für LNGU folgt bald noch eine weitere Folge der News. Und natürlich gibt es auch in Zukunft immer wieder neue Windeln, die ich euch vorstelle. Bis dahin macht es gut und bleibt trocken. Bis dahin macht es gut.